Ihr liebt mich von Herzen? Es ist Frühling. Schauen Sie mal, dort. Die aus dieser Tür kommen, gehen beschwingt in den Frühling. Sie in einem pflegeleichten Kostüm, eher im modischen Anzug und Übergangsmantel. Und das kleine Mädchen, sieht es nicht schick aus? Na, junger Mann, sportlich und fesch? Oh ja, der Mantel wird ihm gefallen. Natürlich, gleich einmal vorführen. Jasmin, ein elegantes Kleid im Häkellook. Auch Sie können frühlingsfroh gekleidet aus Ihrem Konsumentwarenhaus oder Konsumkaufhaus herauskommen. Nur hineingehen müssen Sie erst einmal.